Ja, ich weiß es auch. Ja, ich weiß es auch. Ja, nur kurz zur Seite. Also, ich erkläre immer die Sachlage, Helden. Na, wo ist denn dein Auto? Hör mal, kann der mal aufhören rumzuschreien? Wie bitte, was? Ja, dann... Hör mal, Polizist, mach dem nochmal eine Ansage. Sag dem nochmal, er soll die Schnauze an. Er soll aufhören rumzuschreien, der schreit offensichtlich rum. Ja, kommen Sie mit. Kommen Sie einfach kurz mit, wir gehen an die Seite. Nicht hier. Junge, ich hör den überall, Hilfe. Wie bitte? Ich würd gleich irre, lass uns hier rausgehen, bitte. Komm, wir laufen raus. Ja, aber kurz, ich hab gerade meine Jacke. Der schreit hier komplett durch, ich hör den überall. No, I don't have the money. Der Herr, der gerade laut spricht, ich weiß nicht. Hören Sie mich, hallo? Ja, dann würde ich sagen, nehmen Sie mal die Hände hoch. And give me also the Kleingeld outfrober. Bitte, lass uns aus dem Krankenhaus rauslaufen, bitte. Lass einfach rauslaufen. Ergebe mich. Ergebe mich. War ein Unfall. Hört auf auf mich zu schießen. Hört auf auf mich zu schießen. Hände hoch. Ist ausgestiegen, geht zu Fuß. Versucht immer drüber zu klettern. Er klettert rüber zum Stairwerk. Oh. Was war das denn? Was war das? Was sind das für Psychos, Alter? Panzer! Was? Wie ist Ihnen jetzt hoffentlich bewusst, dass wir keine Psychos sind, ne? Kevin, geh weg, Kevin! Ich komme mir so nahe, ich bin nicht verstanden. Ich komme mir so nahe, ich bin nicht verstanden. Kevin, ist frei! Ich komme mir so nahe, ich bin nicht verstanden. Sehen Sie, das ist meine gewaltfreie Praxis. Hast du mich verstanden? Kevin! Hast du mich verstanden? Kevin! Ich habe eine Prostat, hast du groß wie eine Melone. Jetzt muss ich mich sagen. Keine Gewalt hier bitte. Sonst ziehen die andere Beine lang. Sonst zieht er mit einer Waffe auf mich? Was wäre? Das ist meine Opa, Sir. Was wäre? Der junge Mann! Keine Waffen hier! Keine Waffen! Hey! Oh mein Gott! Was ist das los? Was passiert hier? Beruhigen Sie sich! Keine Waffengewalt! Oh mein Gott, Olga leg dich hin! Er liegt! Er liegt! Er liegt! Er liegt! Er liegt! Ich bin sehr entwischen. Ich bin sehr entwischen. Und Sie sind der Nächste, Senior Hilton. Diese Knicks werde ich in Ihren Arsch schieben, wenn ich sie finde. Ich hasse mich. Mach diese 15 Leerwege. Fack doch Niki. Fack mal Daniel. Bachi, mach du! Ja, wahrscheinlich. Ich kann machen. Bachi, schickst du uns ein paar Zäpfchen ein? Ich kann machen. Schreit hier irgendwie ein Pier oder so ein Schwein? Ach, hier ist ein Schwein! Ich denke schon jetzt, was ist denn hier am... Ohne darf ich das Schwein töten? Das hat mich gebissen. Nein, nein, nein. Ey! Ey! Das hat mich auch zweimal gebissen, weil ich den Finger im Po gesteckt habe. Boah! Ich versteck mal. Du hast gar nichts! Gar nichts bist du! Ja, ja. Elias, ich bestelle dir das Doppelte, Mann. Ich krieg hier für kein Geld. Ich krieg den Adrenalin Kick. Seitdem ich inaktiv will, wieder aktiver werden möchte, ich brauche... Lange Rede, kurzer Sinn hier. Ey, Doni, warte! Doni! Schau mal! Du bist doch ein Geschäftsmann! Ja? Dann lass uns doch irgendwas zusammen machen, Mann! Das muss doch nicht so enden! Okay, kann ich noch ein letztes Wort sagen? Ja? Bist du all deine Schulden bei Kevin, du kleiner Hurensohn? Du Hurensohn! Aaaaah! Ich hab bei Kevin keine Schulden, ja? Halt die Schnauze, Alter! Da hinten ist ein Automat. Oh, der ist kaputt, ne? Nee. Der ist kaputt? Ich war vorhin drin. Das einzige, was kaputt ist, bist du gleich. Ja, du kleiner Fotzer! Ey! Deiner Bastard, Alter! Ich fick euch, ihr kleinen Fotzen! Hört richtig ausgegeben. Dein Bastard, der Junge! Wer seid ihr überhaupt? Ja, was ist denn mit ihm? Das wird ein interessanter Vormittag! Ja. So, sie bleiben jetzt stehen! Ja, was ist mit dir? Bleiben sie stehen! Stehen bleiben! So, stehen bleiben! Kommen sie aus dem Fahrzeug raus! Kommen sie aus dem Fahrzeug raus! Rauskommen! Hände hoch! Ja, okay, ist ja gut! Oh, hast du die Karre angelassen? Hast du echt die Karre angelassen? Anscheinend. Digger, ich bin so ein Troll! Ich bin so ein Troll! Ich bin sie ohne Troll! Oh Gott! Deshalb, die Kä Espa aluminium! Sondrille auch so wie Quälbock Dicker Eischof noch ein Heldskopf Hilf mir als ein Wieser Bester Streamer G.S. Kannst du ja mal grüße Bin echt gespannt jetzt Wenn man zu heute versammelt Bei einer nicht so erfreulichen Sache Puh shit auf Und dafür würde ich auf einmal Breitenberg kurz hier die Mitte bitten Ja ok das war's Wo Breitenberg Ähm Nicht so der Mann der viel lange Rede und so Aber in letzter Zeit Ist da zu oft vollkommen Das wegen dir scheiße passiert Die Memmer beschweren sich täglich bei mir Gestern schon wieder das gleiche Problem Du bist oft nicht im Funk Und ähm Wir haben uns dann beraten Haben uns dazu entschlossen Dass äh Mit dir leider keine Zukunft und den Triaden besteht Aus dem Grund werden wir dich heute aninwalten Ohne Bloodout Drei Dwo Eins Und los Und 10.000 ne Und wer weniger rammt Und da ankommt Der äh Aber wenn ein Mensch kommt musst du schon Stopp sagen dann oder? Mh Ich gleich Die müssen doch gleich da sein Das sieht gut aus Das sieht sehr gut aus Ja das ist gut Wenn du der Meinung bist du bist da Mach einfach die Augen auf Oh Hä Hä fahren wir schon die ganze Zeit? Ja Hä Alter Was ist das? Fahr zur Ausgangszeit Alter ich dachte sie wäre gleich da Ne Ist das besser? Kevin Ah Oh Peti Peti Oh nein 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 Die kommt zu mir Peti kommt zu mir Kevin 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 Ne Nein Mikrofon muted Das gibt's doch nicht Oh mein Gott Ich wäre so gestorben als Holy Shit Voll gut gehabt ja Aufsetzen Nach diesem Stromwerk Musst du runter Mayday 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 Das geht in die Hose Oh da warte mal da ist so ein Ding alter das könnte Das war jetzt nicht so gut Oh oh Tasty Hallo Jungs Ja was ist? Ok nein sind sie nicht Was? Was für den Sussen da? Vielleicht kann ich dir helfen oder so? Ah nein nein ich hab den ganzen Schiff Ja super ich wünsche euch noch was Servus Burschen Servus dere Tasty Jungen Ja was soll ich machen? Wie er gesagt hat Nein das ist der nicht Na schön Das war schön wünsig Aber schön Stunden Witziger hat nachher Bitte schön Scheiße Scheiße Ohne Liebe in meinem Herzen hätte ich nichts Kein Glück Keine Träume Keine Wünsche Und keine Zukunft Du bist Für mich Die größte Liebe Obwohl wir uns nicht kennen Du bist Du bist in meinem Herzen Eingebrannt Du bist mein Glück Du bist mein Träumen sogar Du bist alles was ich mir wünsche Für die nächsten 15 Minuten Das ist meine Zukunft Möchtest du mich heiraten? Nein Hoffentlich für die nächsten 15 Minuten Aber vielleicht möchte Wunger ja Acht jakim Jajaja Burensohn Burensohn Jetzt hör auf, als gut Jetzt five Jetzt fertig Alles gut Jetzt fertig Wohl ist gefickt Wohl ist gefickt Ja 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 Buhrensohn Jetzt ist fertig, jetzt ist okay Kevin! Wohl ist gefickt Ja 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 Buhrensohn Jetzt ist fertig aber Endlich Kevin! Wohl ist gefickt Ja 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 Buhrensohn Buhrensohn Tasty! 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 Da wir heute gewonnen haben, dann würde ich sagen Du machst heute Peppy Song an, oder? Peppy! Peppy 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 Ja, ich glaube das können wir feiern Ja, wir können heute feiern, Abfahrt Das können wir wirklich feiern Ja! Aber jetzt habe ich Bock Yeah, Junge! Abfahrt! Wir haben gewonnen! Peppy! Peppy! Peppy 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 Peppy! 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 Aber Tatsache ist, dass sie sowieso verlieren, ey! Und sie machen alle Content nur für V-Prime Sagen bitte V-Prime Bitte lass mich auch treiben! Stundenlang am streamen wegen ein paar Clips Und deswegen war mir klar, jeder Streamer ist ne Bitch, ey! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!